Ja Leute, willkommen zurück zu Mars Effect Andromeda. Wir stehen vor dieser Taverne, wo wir uns mit Liam treffen sollen. Oder, naja, nee, Tavitan wird keine Taverne sein, nur weil es so ähnlich heißt. Wir werden gleich sehen, was es ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt erwähnt wurde, um was es sich hier handelt. Offensichtlich ist es ein Museum. Relikt-Exponat. Obwohl wir nicht viel über die Relikte oder ihre Schöpfer wissen, sind wir sicher, dass die Relikte schon lange vor unserem Volk in Helios existierten. Sie dienen anscheinend demselben Zweck wie die planetaren Gewölbe, der Umwandlung einer Welt in ein blühendes, wunderschönes Paradies. Terraforming also. Bis zur Ankunft von Pathfinder Rider im Revolutionsjahr 826 waren aktuelle Interaktionsversuche mit den Relikten erfolglos verlaufen. Aber immerhin konnten wir hier auf Aya friedlich mit ihnen koexistieren. Wir wissen nur wenig über unsere Ahnen aus der Zeit vor der Geißel. Aber die Beweise deuten auf eine große Gesellschaft mit moderner Technologie hin, die auf mehreren Welten zu Hause war. Zahlreiche aktuelle Funde lassen sogar den Schluss zu, dass unsere Vorfahren große Entfernungen zwischen Systemen zurückgelegt haben. Gesichert ist das zwar nicht, aber die meisten unserer Gelehrten folgen der Theorie, dass die frühen Erfolge unseres Volkes auf die Benutzung von Reliktechnologien zurückgehen. Pipi, was sagst du dazu? Machen sie sich mit unseren neuen Nachbarn vertraut? So in etwa. Wie zappelt es aber los? All dieser Kram. Die Angare haben so eine reichhaltige Kultur und bla bla bla. Ja, ich sag doch, die schwankst du, die hat gesoffen, die Sau. Sie sind betrunken, oder? Welches Gift war es? Also. Ich war in diesem Café, das die Angare als Bar ausgeben, und hab ihr stärkstes Zeug bestellt. Es war komisch, was ich mag. Hatte aber fast kein Wumms. Diese Schwächlinge. Wow. Sachte. Das Zeug wird offenbar nur langsam resorbiert. Ups. Ach, Ryder. Es ist nur, dieses Museum erinnert mich an meine Studienzeit auf Haitiana. Es gibt hier einen ganzen Bereich über die Relikte. Ich bin noch nicht nach Andromeda gekommen, um mit anderer Leute Fußstapfen zu treten. Die Angare haben auch noch Fragen. Keine Sorge, Pipi. Die Angare wissen längst nicht alles. Klar, sie leben zwischen den Ruinen. Aber vieles von dem, was wir schon jetzt gesehen haben, ist ihnen unbekannt. Hm. Sie haben vielleicht recht. Ich wette, niemand ist je einem uralten Gewölbe-Reinigungsfeld entkommen. Nein. Oder hat diesen Archon in die eklige Suppe gespuckt und es überlebt. Das war übrigens gute Arbeit. Danke. Danke. Ach, sie haben recht. Ich weiß nicht warum, aber seit ich meine Wohnung auf der Nexus aufgegeben habe, bin ich irgendwie dünnhäutig. Aber egal, was es ist, eins verspreche ich ihnen, ich werde es rapsap überwunden haben. Na dann. Das hoffe ich. Sie sind schon nüchtern ziemlich schwierig. Sie wissen mich schon zu nehmen, Ryder. Wann auch immer sie wollen. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile Teil ihres Teams. Ich weiß nicht, ob es zweideutig gemeint war, aber es war, naja, eigentlich war es relativ eindeutig. Alter Pibi. Alkohol und die Hemmschwelle, ne? Kennt man ja. Wunderbar. Wunderbar. Ist das herrlich. So, wir wollten uns hier weiter umgucken. Boah, hier ist ziemlich viel zu entdecken. Präsentationsstände, oder was ist das? Dieses Keramikfragment diente wahrscheinlich in den alten Tempeln von Hawal zur zeremoniellen Dekoration. Naja, das ist ja nicht so interessant. Wir sind zwar nicht sicher, haben aber die Theorie, dass dieses Reliktgerät Fels und Sand in nährstoffreiche Erde umwandeln kann. Okay. Elin, erstmal, bevor du wegläufst. Oh, jetzt habe ich doch das Museumsstück. Ausgrabungen auf Hawal. Archäologen haben auf Hawal kürzlich etwas entdeckt, das sie für Teile des ältesten Bauwerks halten, das auf dem Planeten bislang gefunden wurde. Diese Überreste wurden buchstäblich von mutierter Vegetation entwurzelt, die aus einer unterirdischen Höhle an die Oberfläche wächst. Obwohl die genaue kulturelle Bedeutung dieses Fundes noch ungeklärt ist, haben mehrere Forschungsteams eine dauerhafte Ausgrabungsstätte errichtet, um vor Ort nach weiteren Hinweisen zu suchen. Elin, bleib hier. Ich habe schon so viel über Sie gehört. Haben Sie auf Eos wirklich ein Gewölbe betreten? Ja. Unglaublich. Das hätte ich gerne gesehen. Suchen Sie auch nach Artefakten? Sind Sie auch eine Artefaktjägerin wie Avella? Ehrlich gesagt habe ich als Technikerin angefangen. Die Moschei hatte ein Reliktschiff entdeckt und brauchte meine Hilfe, um dessen Verschlüsselung zu knacken. So kam ich schließlich in den Speicher und bin seitdem für die Datenverschlüsselung zuständig. Sie arbeiten also hier. Ich nehme an, Sie arbeiten hier? Hat sie doch mal gesagt. Ja, Elin und ich sind Avellas Assistenten. Es war nicht ganz leicht, sich daran zu gewöhnen. Wieso? Avella ist deutlich jünger als der vorherige Kurator. Sie hat viel mehr Energie. Ich muss sie hin und wieder daran erinnern, auch mal Pause zu machen. Sie liebt ihre Arbeit mehr, als gut für sie ist. Und sieht sich. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. So, wir schauen uns hier ein bisschen weiter um. Da stehen auch noch Angaben. Hier gibt es eine Quest. Ich konnte es nicht mal öffnen. Es hat mich ausgesperrt. Dann hatte ich recht. Es stammt von den Relikten. Hallo, Avella. Oh, Sie sind hier. Willkommen an meinem absoluten Lieblingsort in der gesamten Galaxie. Hallo. Pavoa, ich bin froh, dass Sie endlich in die Stadt dürfen. Sie haben es sich verdient. Das hier ist Ayas Kulturmuseum und Geschichtsarchiv. Es ist zwar nur klein, aber Sie haben ihm bereits zu mehr Glanz verholfen. Pathfinder, ich habe den Helm, den Sie gefunden haben, gründlich untersucht und bin darüber ins Grübeln gekommen. Ohne Sie wüssten wir nicht einmal, dass der Helm existiert. Was wäre, wenn wir noch ganz andere Dinge übersehen hätten? Es könnte jede Menge Wissen über die Vergangenheit geben, das wir knapp nicht erreichen können. Und darum bitte ich erneut um Ihre Hilfe. Klar. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich habe Ausgrabungen auf jede Heimatwelt der Angara geleitet. Aber es gibt Orte, die ich ausgelassen habe. Orte, die nur ein Pathfinder betreten kann. Es könnte dort Artefakte geben, die seit Jahrhunderten unberührt sind, nur weil niemand sie erreichen konnte. Meine Bitte lautet wie folgt. Wenn Sie sich jemals an einem solchen Ort aufhalten, würden Sie dann bitte auch nach Artefakten Ausschau halten? Das ist alles? Das ist alles. Und vergessen Sie nicht, mir alles von Interesse zu bringen, was Sie bei Ihren Erkundungen finden. Welche Welten? Es würde helfen, wenn ich wüsste, wo ich suchen soll. Naja, im Grunde besteht auf jedem Planeten die Möglichkeit, dort etwas von Wert zu finden. Mein Volk ist weit gereist. Ich weiß, das ist keine Antwort auf Ihre Frage, aber halten Sie einfach die Augen für mich offen, ja? Warum kommen Sie nicht mit? Sie sind die Expertin. Können Sie nicht einfach mitkommen? Das würde ich gerne, wirklich. Aber ich werde hier gebraucht. Mein Vorgänger hat darauf vertraut, dass ich hierbleibe und seine Arbeit fortführe. Dass ich Antworten finde. Ganz egal, wie sehr ich das Abenteuer vermisse. Ich habe hier eine Verantwortung. Okay. Ein paar versteckte Artefakte. Wird gemacht. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne sie tun würde. Ich bin hier, falls Sie etwas finden. Kriege Glück? Beeindruckendes Museum hast du da. Ziemlich interessant hier. Es ist praktisch mein Zuhause. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte hier einziehen. Aber wir haben noch viel zu tun. Eines Tages werden hier überall Artefakte aus der Vergangenheit stehen. Und jedes wird eine Geschichte erzählen. Und mein Volk wird herkommen, um zu lernen und um sich zu erinnern. Sie schaffen das. Wenn ich hart genug dafür arbeite, dann schon. Ich gehe jetzt den Helm... Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über ihren Reisen wachen. Den Helm, von dem sie erzählt hat, den haben wir ja auf Haval gefunden. Angaranischer Dolch. Dieses Dolch ist fast 400 Jahre alt und stammt aus der Zeit unmittelbar nach dem Auftauchen von das Geißel. Unsere Vorfahren mussten in dieser Phase des technologischen Rückschritts wieder lernen, ohne moderne Waffen zu kämpfen und zu jagen. Sehr schön. Was haben wir hier? Das ist der Helm. Angaranischer Weltraumhelm. In der Zeit vor der Geißel trugen angaranische Piloten Helme, während sie die enormen Entfernungen zwischen Planeten überwandten. Man vermutet, dass bei der Herstellung dieses Helms Relikttechnologie zum Einsatz kam, die die Aufmerksamkeit der Geißel erregte. Nalon, mit dir reden wir gleich. Cat-Aufstiegswerkzeug. Bis vor kurzem wussten wir zwar, dass es sich hierbei um ein Werkzeug, der Cat handelt, kannten aber seinen Zweck nicht. Gelehrte haben nun herausgefunden, dass es für den Aufstieg benutzt wird. Auch wenn es schwer fällt, sich so etwas anzusehen, ist es dennoch wichtig, dass wir den Aufstieg studieren und verstehen, um uns und unsere Lieben zu schützen. Gott, oh Gott, warum konnte ich das gerade nicht ordentlich lesen? Nalon. Oh, Sie sind das. Ich habe Ihre Landung mit angesehen. Ich hoffe, Sie nennen mich jetzt nicht mehr S. Oh, Sie haben das gehört. Ich entschuldige mich. Das war unhöflich von mir. Was sind Ihre Aufgaben hier? Welche Aufgaben erfüllen Sie hier? Was ist das Tötenfrau? Elin und ich helfen Avela bei ihren Studien. Mein Spezialgebiet ist die Restaurierung. Dank Ihnen sehen die Artefakte also wieder wie neu aus. Nun, soweit es eben möglich ist. Aber ich kann auch keine Wunder vollbringen, selbst wenn Avela das gerne behauptet. Sie lobt Elin und mich gegenüber jedem, dem sie begegnet. So eine Vorgesetzte hatte ich noch nie. Ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Das ist ja auch wichtig, dass man als Vorgesetzter mal lobt, wenn die Mitarbeiter, Untergebenen klingt immer so, aber im Prinzip sind es Untergebene, gute Arbeit machen. Die aktuellen Ereignisse, Mutter, du würdest nicht glauben, wie seit Pathfinder Riders Ankunft auf Aya alles geschehen ist. Was alles geschehen ist, Mutti, was nicht wie. Du hast bestimmt schon von der Rettung der Moshe gehört, aber ich nehme an, du kennst nur die offizielle Version. Aphra und sein Widerstand tun gerne so, als wäre es ihr Verdienst, dass sie wieder zurück ist. Aber ich weiß genau, dass sie ohne den Pathfinder niemals geschafft hätten. Dass sie es ohne den Pathfinder... Ich verschlucke Worte, ich habe aber doch gerade gegessen. Die Leute haben Angst. Diese neuen Aliens könnten wie die Cats sein. Aber hör nicht auf sie. Ich fühle in meiner Seele, dass sie uns helfen wollen und du weißt, dass ich in solchen Dingen immer richtig liege. Ich wünschte, du könntest einige der aufregenden Artefakte sehen, die wir auf Haval und an anderen Orten gefunden haben. Ich werde dir bei meinem nächsten Besuch ein paar Bilder mitbringen. Arthur und ich sind übrigens nicht mehr zusammen. Es gab keinen speziellen Grund für die Trennung. Wir sind einfach zu verschieden. Aber mach dir keine Sorgen. Du weißt ja. Ich brauche nur meine Arbeit, um glücklich zu sein. Oh, Avela, das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Nur mit der Arbeit wirst du auch nicht glücklich. Trümmerteil des Ausdarkulmal. Dieses Bruchstück stammt aus einer Mauer der Gouverneursresidenz auf Volt, die zu Beginn der Invasion von den Cats zerbombt wurde. Die Gouverneurin, all ihre Mitarbeiter und die meisten ihrer engsten Angehörigen wurden bei dem Angriff getötet. Wenn Volt wieder frei ist, wird dieser Überrest der Grundstein eines Denkmals für diejenigen sein, die ihr Leben gaben, um unsere Heimat zu verteidigen. Das ist aber schön. Cat-Exponat. Der Erstkontakt mit den Cat auf unseren Heimatwelten lief nicht immer gleich ab. Während sie auf Favar durch ihr Schweigen Verwirrung stiften wollten, ermordeten sie auf Volt den Botschafter. Sie wiegelten unsere Welten gegeneinander auf und machten sich das resultierende Chaos zunutze. Für uns alle ist es wichtig, aus diesem historischen Ereignis zu lernen und uns jedem Feind als geeinte Front zu stellen. Exponat demnächst. Oh, wir überarbeiten derzeit dieses Exponat, um Ihnen unsere aktuellsten historischen Funde zu präsentieren. Danke für Ihre Geduld. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Wir gehen mal hier weiter. Ja, jetzt sind wir hier. Was ist denn da hinten? Wollen wir mal kurz mit den Mitarbeitern noch quatschen? Machen wir mal kurz. Moment, jetzt muss ich gucken. Aha, bin nämlich falsch gelaufen. Waren wir hier noch gar nicht drin? Oh gut, dann machen wir das später. Jetzt warte mal ab hier, pass mal auf. Geht er jetzt hier drin oder was? Ja, hier geht er jetzt drin. Dann gehen wir erstmal hier rein und quatschen mit Liam. Ja, natürlich ist Liam erstmal ein bisschen am Feiern. Irgendwann brauchen wir jetzt Forschungspunkte gekriegt. Ich habe doch gar nichts gescannt. Also ich habe doch einfach nur... Oh, dass du zurück bist und diesmal sogar unverletzt. Ich war auch letztes Mal unverletzt. Ich hatte vielleicht ein paar Kratzer, aber doch nichts Dramatisches. Du wurdest so hart gegen diese Wand geschleudert, dass du zwei Wochen lang unter Gedächtnisverlust gelitten hast. Was aber genau genommen keine Verletzung ist. Äh, ja gut, dann nicht. Guck mal. Haben wir mal einen etwas genaueren Blick auf die Topografie und Struktur Arjas. Ich bin sehr gespannt, was wir hier noch alles erleben werden auf diesem Planeten. Aber erstmal, Onkel Liam, quatschen wir mit dir. Oh, Drag ist auch da. Ne, wir quatschen erst. Ah. Nährstoffbrei Bottiche. Gerät zur Lebensmittelverarbeitung bestehend aus... Blablabla. Dies ist eine Industrieküchenmaschine, die zur Herstellung und Lagerung an garanischen Nährstoffbreis verwendet wird. Lecker, Nährstoffbrei. Liam. Es ist schön, wieder hier zu sein. Sind Sie bereit, mit den Scans loszulegen? Wonach genau suche ich? Das ist eine gute Frage. Verand hat mir ein paar Dinge genannt, die für unsere Tech nützlich sein könnten. Sam muss sie sich einfach mal ansehen. Schlendern Sie ein bisschen über den Markt und genießen Sie es. Ich habe Ihnen die NAV-Daten geschickt. Die Waren des feinseligen Händlers scannen. Okay, Drag, hast du dazu noch was zu sagen? Hallo, Drag. Die Hilfe für die Moschei hat uns hier viele Türen geöffnet. Trotzdem bleiben die meisten Angare auf Distanz. Sie fallen nun mal auf. Sie sind nun mal ein eher unschöner Anblick. Das sagt die Richtige. Als ich zum ersten Mal einen Menschen gesehen habe, konnte ich gar nicht verstehen, wie bei so einer dünnen Haut, das Blut im Körper bleibt. Das war's. So, der feindselige Händler ist irgendwo da hinten. Oh Gott, was ist denn hier unten noch so los? Hier wird lecker, lecker, lecker Mittag gegessen. Jeden Tag Nährstoffbrei. Om nom nom. Moment, hier waren wir doch schon. Ich bin hier noch vollkommen orientierungslos. Wenn wir denn den feindseligen... Ach, der uns nichts verkaufen will. Ich verstehe. Heute nicht, Nexus. Liam? Verdammt nochmal! Ich verkaufe... Was ist los? Nichts. Kein Grund zur Sorge, aber wir sollten uns lieber mal zusammensetzen. Ähm, ja. Machen wir, wenn ich... Hier geht's lang. Und dann hier. Liam. Zu spät gebremst. Pathfinder. Liam. Gut, dass Sie hier sind. Um die Daten kümmern wir uns ein andermal. Was geht hier vor, Liam? Ich, ähm, dachte einfach, wir sollten uns möglichst an einem netten, öffentlichen Ort treffen. Sie wurden beobachtet. Was? Ich habe keine Angst vor einem Krampf. Wenn jemand Ärger sucht, kann er ihn haben. Eine Schlägerei auf dem Markt hilft uns nicht weiter. Außerdem kann ich es den Angara nicht verübeln, dass sie sauer sind. Ich wollte Daten sammeln, um die Erträge in unseren Außenposten zu steigern. Varant hat mir gesagt, was ich scannen soll, aber ich habe die Sache abgeblasen. Jetzt bin ich ihr zwar was schuldig, aber das ist immer noch besser, als irgendwelche furchteinflößenden Hardliner zu verärgern. Tut mir leid, dass ich sie nicht eingeweiht habe. Das ist so ein Sicherheitsding. Nahrung bedeutet Sicherheit. Wollten Sie etwa Geheimnisse stehlen? War das hier ein Versuch, Ihre Anbaumethoden zu kopieren? Ihre Geheimnisse zu stehlen? Wir sind keine konkurrierenden Unternehmen. Es geht darum, zu lernen, wie man hier überlebt. Wissen Sie noch? Mein Ausraster auf der Tempest. Ich habe es über die offiziellen Kanäle versucht. Sowohl die Angara als auch die Nexus haben mich auflaufen lassen. Und Joel weiß leider auch nicht alles. Also habe ich dasselbe gemacht wie früher bei den Spezialeinheiten. Ich habe improvisiert. Na gut. Sie tun eben, was Sie tun müssen. Lassen Sie es nur nicht zur Gewohnheit werden. Genau, Lian. Das habe ich nicht vor. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass die Angara verärgert sind. Die Letzten, die hier aus heiterem Himmel aufgetaucht sind, waren die Cat. Die ultimativen Arschlöcher. Ich will nicht, dass wir mit ihnen in einen Topf geworfen werden. Das will ich auch nicht. Und ich will uns auf keinen Fall den Markt versauen. Mir gefällt es hier, Streetfood zu essen und mit ihnen zu quatschen. Es fühlt sich so normal an. Und das hat mir viel zu lange geschickt. Wohl eher Streetbrei. Gehen wir, solange es noch nett ist. Okay, die Quest erfüllt. Markieren wir, ja, die einzige, die wir hier quasi noch haben. Und dann... Ich hoffe, dass wir das in dieser Folge noch schaffen. Und dass wir in der nächsten Folge dann vielleicht aufbrechen können in Richtung Gewölbe. Das wäre cool. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier rein. Und dann ist das Thema auch durch. Vorerst. Okay. Da scheint noch ein Händler zu sein. Und Cora. Cora? Ich wünschte, ich dürfte mitmachen. Ich könnte etwas Training gebrauchen. Jetzt können wir reden. Ich werde ständig angestarrt. Wie auf Tessia bei der Ausbildung zur Asari-Elite-Soldatin. Wir sind die Aliens. Haben Sie irgendeinen Rat für mich? Haben Sie ein paar Tipps zum Verhalten in einer Alien-Gesellschaft? Seien Sie sie selbst, aber zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Und seien Sie höflich, wenn Sie das Essen scannen. Das ist übrigens ganz allgemein ein guter Rat. Dann bin ich mal höflich, wenn ich das Essen scanne. Quartiermeister Istal. Pathfinder. Hallo. Ephra hat Ihnen den Kauf von Waffen gestattet. Trotz meiner Einwände. Ja. Ganz ehrlich? Mich würde es auch nervös machen, einem Alien Waffen zu verkaufen. Ich tue das hier nicht für Ephra, sondern aus Respekt vor der Moschei. So, nee, brauchen wir aber nichts. Ich gucke mir das auch gar nicht an, weil sobald wir dann Stufe 31 erreicht haben, wäre eine Stufe 5 Waffen gebaut und dann ist das gekaufte Zeug sowieso. Sie dürfen das Medi-Center erst betreten, wenn Sie keimfrei sind. Ja, dann gehe ich halt hier. Okay, und wo kann ich mich dekontaminieren? An der Ionen-Konsole. Berühren Sie einfach das Startfeld. Alles andere läuft automatisch. Nee, ich will jetzt erst mal hier noch ein bisschen quatschen und dann will ich mich mal langsam in Richtung Gewölbe auf den Weg machen. Irgendwas scannen. Arbiter Wragen. Dann fragen wir ihn mal. Ich habe schon gehört, dass Sie mich aufsuchen würden und Ihnen ein Daten-Pads mit unseren Gesetzen in Bezug auf den Krieg vorbereitet. Beherzigen Sie sie. Äh, danke schön. Das korrekte Verhalten im Krieg gegen die Cat. Wie, da gibt es Vorschriften? Obwohl wir einen Feind gegen uns haben, der erst aufhören wird, wenn unsere gesamte Zivilisation nicht mehr existiert, ist es wichtig, dass wir die Grundprinzipien der Moral weiterhin einhalten. Die Cat müssen besiegt werden, aber nicht um jeden Preis. Dass künftige Generationen ohne Angst vor Tod oder Versklavung leben können, verliert jede Bedeutung, wenn diese Freiheit durch Völkermord oder andere barbarische Verbrechen erreicht wurde. Ja, ja. Ist ja in dem Sinne auch richtig, dass man seinen Prinzipien da treu bleibt und nicht plötzlich das fabriziert, was die Cat machen, nämlich Völkermord. Rass... Wupp. Evras Steuerkonsole. Cool. Wir reden erstmal mit Raske. Hallo Raske. Soll ich Team Wehr und Verlegen, um sie anzulösen? Nein. Dafür ist Sektor 9 nicht stabil genug. Ja, das Problem. Ihnen wird in zwei Tagen die Verpflegung und in drei die Munition ausgehen. Sie müssen sich zurückziehen. Klingt, als hätten Sie ein Problem. Ja, zu viele Cat und nicht genug Widerstandskämpfer. Eines unserer Teams ist schon seit sechs Monaten ohne jeglichen Nachschub im Einsatz. Trotzdem wollen Sie nicht zurückkommen. Sie sagen, Sie stünden kurz davor, einen Cat-Außenposten zu zerstören. Aber ich weiß nicht recht. Vertrauen Sie Ihren Leuten? Geben Sie Ihrem Team die Chance, die Sache durchzuziehen. Je schlechter unsere Chancen stehen, desto besser kämpfen wir. Vielleicht haben Sie ja recht. Das ist der schwerste Teil meines Jobs. Danke für den Rat, Pathfinder. Kein Thema. Evra. Ich erwarte, dass Sie da draußen gut auf Jarl aufpassen. Machen wir. Das werde ich. Und ich bin mir sicher, er wird dasselbe für mich tun. Da können Sie unbesorgt sein. Sie haben die Moschai gerettet und dadurch seine Loyalität gewonnen. Ich zerbreche mir immer noch den Kopf über das, was Sie in dieser Cat-Einrichtung entdeckt haben. Diesen Aufstieg. Ja, es ist schrecklich, aber absolut. Es muss hart für Sie sein, sich bewusst zu machen, was die Cat-Soldaten in Wahrheit sind. Es ändert nichts daran, was wir tun müssen. Wir sind im Krieg. Was kann ich für Sie tun? Wollten wir das nicht geheim halten, dass die irgendwie, oder irgendwas wollten wir doch erstmal verschleiern. Aber das war irgendein Wissen, was wir für einen Historiker besorgt haben. Was war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Evra. Die Cat. Sie kämpfen schon lange gegen die Cat. Haben Sie irgendeinen Rat für mich? Ihr Krieg unterscheidet sich von unserem. Dennoch ist es ein Krieg. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Selbst wenn Sie es wären, würde das nichts ändern. Die Cat sind kein gewöhnlicher Feind. Die Herkunft der Cat. Vielleicht sind Sie Nomaden. Die Taktik in der Cat. Haben die Cat eine bevorzugte Strategie. Irgendetwas, das wir ausnutzen können. Sie ändern ständig ihre Taktik. Es wirkt beinahe willkürlich. Und genau das macht sie so unberechenbar. Sie müssen doch irgendeine Schwäche haben. Sie sind anfällig für rohe Gewalt. Und das genügt mir. Kopfschüsse. Kopfschüsse. Bom, bom. Ruhe ist. Die Beweggründe der Cat. Die Cat sind keine hirnlosen Monster. Sie müssen doch irgendeine Schwäche haben. Und etwas wollen. Sklaven. Ressourcen. Macht. Dasselbe wie alle Eroberer. Sie haben nicht miterlebt, wie Sie den Aufstieg vollziehen. Der ganze Vorgang hat beinahe religiöse Züge. Sie verwandeln uns gegen unseren Willen. Das ist keine Religion. Sondern ein Genozid. Jede Kultur hat irgendein Ziel. Ihres ist, sich alles zu nehmen, was Sie wollen. Andere Fragen. Ist schon echt übel. Was Sie Cat abziehen. Äh, Sie. Was muss ich über Sie wissen, Efra? Wollen Sie etwa meine Personalakte sehen? Ja. Ich wüsste einfach nur gerne, mit wem ich zusammenarbeite. Sie wollen wissen, wie es ist, ich zu sein. Ich wache jeden Morgen auf, um einen Krieg zu führen. Ich schicke andere los, um zu töten und zu sterben. Und wenn ich Glück habe, sind am Ende des Tages mehr Cat als Widerstandskämpfer gestorben. Das ist eine unglaubliche Bürde. Wir haben genug Persönliches besprochen. Okay, der Widerstand. Die Angara haben kein offizielles Militär? Nur den Widerstand? Wir haben unsere Flotten und Armeen vor Jahrzehnten verloren. Hauptsächlich an die Cat. Der Rest fiel internen Konflikten zum Opfer. Wir haben dennoch weiter gekämpft. Aber unsere Zivilisten waren unorganisiert, unterversorgt und führungslos. Jahrzehnte der planlosen Gegenwehr brachten uns keinen Schritt weiter. Ich musste einen echten Widerstand aufbauen. Okay, das dauert hier doch noch länger. Organisation des Widerstands. Wie ist der Widerstand organisiert? Wir operieren in Zellen. Voneinander unabhängige Einsatzteams haben bessere Chancen. Wenn die Cat Mitglieder einer dieser Zellen gefangen nehmen, bringt das die anderen nicht in Gefahr. Ihre Führungsrolle. Wie kommt es, dass ausgerechnet Sie den Widerstand anführen? Ich habe nichts zu verlieren. Meine Familie wurde entführt und in ein Sklavenlager der Cat gebracht. Das letzte Mal, dass ich mit einem von Ihnen Kontakt hatte, war vor zehn Jahren. Sie könnten immer noch am Leben sein. Ich hätte Sie nicht für eine Optimistin gehalten. Ihre Erfolge. Wie erfolgreich verläuft Ihr Kampf gegen die Cat? Die gegnerischen Verluste sind innerhalb von drei Jahren um 600% gestiegen. Aber das ist nur eine Zahl. Jedes Mal, wenn wir eine Anlage zerstören oder ein Kriegsschiff vernichten, geben wir unserem Volk Hoffnung. Und jetzt kämpfen Sie nicht mehr allein. Wir werden sehen. Sicherheitskräfte auf Aja. Ich habe bewaffnete Uniformierte gesehen. Sie gehören nicht dem Widerstand an, oder? Nein, das ist die Polizei von Aja. Aber sie ist reine Dekoration, damit alles hübsch zivilisiert aussieht. Sie halten Sie also für überflüssig? Sobald die Dinge wirklich aus dem Ruder laufen, wird sich der Widerstand darum kümmern. Trifft diese Entscheidung nicht die Gouverneurin? Hm. Apropos die Gouverneurin. Was halten Sie von Ihrer Gouverneurin? Sie ist Gouverneurin von Aja, nicht des Widerstands. Das ist nicht unbedingt eine Antwort auf meine Frage. Haben Sie beide eine Vorgeschichte? Ich kann mich immer darauf verlassen, dass mir Perran irgendein geistreiches Argument liefert. Sie respektieren sie. Sie weiß sich zu behaupten. Und das kann man nicht von vielen sagen. Und die Initiative. Ich hoffe, die Initiative hinterlässt einen guten Eindruck. Die Initiative? Das klingt ebenso wenig bedrohlich wie ein Stadtplanungstreffen. Ich denke, so etwas Ähnliches soll sie auch sein. Stadtplaner laufen aber nicht in Kampfpanzerungen und mit geschultertem Gewehr durch die Gegend. Das hängt vermutlich von der Stadt ab. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir sind durch den Orkusnebel gereist, um hier etwas aufzubauen. Das sagen Invasoren immer. Zumindest am Anfang. Wir sind keine Invasoren. Natürlich nicht. Man kann ihm... Dann will ich sie mal nicht länger stören. Gut. Man kann ihm ja, wenn wir ehrlich sind, die Skepsis nicht verübeln. Nach dem, was die Cat mit den Angara gemacht haben. Wir werden uns im Laufe der Spiels bestimmt noch beweisen als hilfreiche Alliierte und nicht als Invasoren. Bis hier sage ich aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.